Hallo du liebe Seele, was passiert, wenn die Matrix sich auflöst? Ich habe heute schon ein kurzes Short hochgeladen, aber die Phänomene, die ich erlebe, die brauchen einfach ein bisschen mehr Erklärung und deshalb gibt es dieses Video. Am Schluss dieses Videos löse ich mit dir noch negative Energien oder wir verwandeln negative Energien in positive. Lass dich überraschen und bleibe dran. Auch wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, bitte ich dich darum und vergiss die Glocke nicht zu aktivieren, damit du kein Video verpasst. In nächster Zeit wird es wieder spannend. Ich war ja ein bisschen ruhig, weil es hat sich so viel verändert. Es hat ein bisschen meine Aufmerksamkeit in Anspruch genommen und jetzt möchte ich es natürlich mit dir teilen. Denn meine Sehkraft hat extrem zugenommen mit Schwinge glücklich, meine Begleitung, mit der ich Menschen in eine höhere Schwingung begleite, damit es einfach einfacher ist, auch seine negativen Emotionen zu heilen. Und das mit Begleitung der geistigen Welt, vor allem die Plejader zeigen sich gerade sehr stark an unserer Seite, aber auch die Serianer und die Engel sind viel dabei. Jesus natürlich ganz, ganz viel mit uns unterwegs. Warum möchte ich, dass du das weißt? Weil ich auch oft gezweifelt habe, wenn andere gesagt haben, dass das alles ein Spiel ist und sich die Matrix langsam auflöst, dann sieht man die Seelen. Manche sagen auch das höhere Selbst oder das göttliche, die Schöpfer, je nachdem, was dir gefällt. Ich würde sagen, es sind die Seelen und ich sehe die wirklich wie in so einem Hologramm. In einer gewissen Entfernung, ja, erschaffen. Ich sehe sie erschaffen, also meine Seele vorrangig, aber ich sehe auch, dass andere Seelen beteiligt sind. Wir erschaffen und werden erschaffen. Und deshalb ist es so wichtig, aufzuwachen, also innere Arbeit zu leisten, ja, ein reines Herz zu bekommen, damit wir die bedingungslose Liebe auf die Erde bringen können. Denn das ist das Ziel der Seelen, erwachen. Und erwachen bedeutet tatsächlich aufhören mit Bewertung und erkennen, ja, also die Matrix, nein, nicht die Matrix, sondern die Illusion erkennen. Ja, das immer stärker wahrnehmen, dass wir das alles erschaffen. Wir haben alles erschaffen, auch die Engel. Wir haben, egal was, ja, das ganze Universum ist ständig am Erschaffen. Und es ist so spannend, weil ich habe schon länger, auch wenn ich in den Himmel geschaut habe, nachts, mehr Sterne gesehen als andere. Ja, also das hat sich ja auch meine Sehkraft schon, das ist schon seit zwei Jahren. Aber vor ein paar Tagen habe ich in den Himmel geschaut und ihr könnt das nicht glauben, aber es war fast wie ein Glitzerhimmel, weil ich habe so viele Sterne gesehen und ich habe auch wieder gesehen, wie die Sterne sich gegenseitig Licht schicken, sich unterstützen und auch wie Licht zu uns hinunter auf die Erde gesendet wird. Also du kannst dich auch immer wieder, wenn du in den Himmel schaust, mit unseren Sternengeschwistern verbinden. Sie senden dir ganz viel Licht und Liebe auch für deine, für dein Erwachen, für deine innere Arbeit, Stärke, Kraft. Das brauchen wir, um diesen Weg zu gehen, denn ich weiß, wenn du auf dem Weg bist, dass es manchmal ganz schön schwer sein kann. Und ja, deshalb mache ich auch diese Videos, damit du einfach erkennst, dass es leichter wird, denn wir können uns dann ganz bewusst mit unserem Schöpfer selbst verbinden, mit unserer Seele und dann das auch erschaffen, was wir haben wollen. Und in manchen Bereichen gelingt mir das schon sehr, sehr gut. Zum Beispiel heute, bevor ich dieses Video gemacht habe, habe ich ein Video gehört, eine halbe Stunde zu meinem Workout. Das heißt Glow Up und es verspricht, dass du danach eben einfach besser aussiehst, einfach anders rüber kommst, mehr strahlst, einfach Glow Up. Ich glaube, das ist schon ein Begriff, den man kennt und den du auch sicher schon gehört hast. Auf jeden Fall habe ich dieses Video gemacht. Heute Morgen habe ich auch schon ein Video gemacht, da kannst du vergleichen. Ein Short, da hatte ich das noch nicht gemacht und ich finde, ich sehe wirklich strahlend aus. Ich bin begeistert von Glow Up. Ich habe das schon mal erfahren, als ich das erste Mal dieses Video gemacht habe, wo unterschwellige Affirmationen gespeichert sind, dass ich ganz, ganz viele überraschende Komplimente an dem Tag bekommen habe. Und ja, auch wir in Schwinge glücklich machen wir das ja auch ein bisschen mit Verjüngung, sind wir auch dabei, Regeneration vor allem, auch Heilung. Doch ich erfahre das auch so, dass eben die mehr heilen, also da passiert einfach mehr, die auch mehr innere Arbeit leisten. Ja, die wirklich auch an sich arbeiten, ihre Emotionen, also die Widerstände gegen negative Emotionen loslassen oder erstmal nur erkennen, ihre Emotionen annehmen. Sie fühlen, sie durchfühlen und dann eben auch loslassen. Und da gibt es, glaube ich, keinen Weg drumherum. Also ich kenne niemanden, der es geschafft hat, ohne sich selbst zu erkennen, sich zu verändern. Ja, wir können uns nur verändern, wenn wir uns tatsächlich so annehmen, wie wir sind. Und dadurch gehen, wirklich uns dadurch wirken und dann einfach alle möglichen Hilfen viel, viel besser für uns annehmen können und auch schneller manifestieren und besser manifestieren und auch verstehen, also besser verstehen, wie das alles zusammenhängt. Also auch, was mit der Schwingungserhöhung auch ganz stark für mich wahrnehmbar ist, dass wir alle verbunden sind. Ja, diese Resonanzen, wir sind sowas von verbunden, das kann man sich nicht vorstellen. Und oft kommen die Sachen auch über Menschen, wo man vielleicht denkt, ja, die hat man nicht so toll oder so gern in seinem Umfeld. Und dann ausgerechnet dieser Mensch resoniert dann mit dir. Ist manchmal auch nicht einfach anzunehmen, aber dahinter sind ganz viele Geschenke. Ganz, ganz viele sogar. Und dann geht es immer leichter. Es wird immer schöner. Und ja, damit du auch in Strahlen kommst, werden wir jetzt noch zusammen einen X-Code sprechen. Der kommt von Starlo. Starlo ist ein Sirianer. Das Sternenlicht der Wunder. Starlo, Starlight of Wonder. Starlo, die Abkürzung, hat mir vor ein paar Jahren die X-Codes geschenkt. Und Menschen in meiner Begleitung haben sogar schon Familienmitglieder damit geheilt. Aber auch andere Dinge passieren, wenn du sie nutzt. Und es gibt ganz viele Live-Videos auch mit den X-Codes, auch hier auf meinem Kanal. Kannst dir gerne mal anschauen. Super interessant und auch für jeden anwendbar. Also da brauchst du keinen Kurs bei mir machen. Es ist sowieso so, so toll, was ich jetzt sehe in meiner Begleitung. Die Leute entwickeln mediale Fähigkeiten, schreiben Botschaften von Krafttieren oder erhalten Botschaften zum Beispiel von den Vulkanien. Und auch anderen Sternenlichtwesen und strukturieren ihr Leben besser, erleben einfach mehr Leichtigkeit, mehr Achtsamkeit und gewinnen einfach Lebensfreude dazu. Und das ist für mich das größte Geschenk. Jetzt wandeln wir noch Negatives in Positives um. Und zwar mit dem X-1 Stalo, Negatives in Positives umwandeln, 999 an. Stalo, Negatives in Positives umwandeln, 999 an. Stalo, Negatives in Positives umwandeln, 999 an. X-1 aktiviere, XX1101 Verankerung. Das ist ruhig noch ein bisschen durchfließen. Trinken hilft auch. Wasser oder ungesüßter Tee unterstützen uns auf jeden Fall bei der Energiearbeit. Und ich hoffe, ich konnte dir wieder einen kleinen Einblick ins Erwachen geben. Ich bin ja mit meiner Starseed-Reihe jetzt noch nicht so weit gekommen. Da geht es bald weiter. Aber es war einfach so viel Veränderung in meinem Leben. Das hat meine Aufmerksamkeit gebraucht. Und jetzt bin ich wieder für dich da. Ich sage dir, für heute, ich sehe schon wieder Dinge, ja, es wird spannend, ja, ganz spannend. Also bleibt dran, ne? Bis bald, deine Claudia Elisa. Tschüss.